Im Jahr 2017 besuchte Mercy Ships zum ersten Mal Kamerun. Und dank ihrer Unterstützung konnten wir tausenden von Menschen Hoffnung und Heilung bringen. Wir haben auch stärker als je zuvor in die Weiterbildung und das Mentoring von einheimischen Gesundheitsfachkräften investiert. So bleibt die Wirkung unseres Einsatzes nachhaltig, auch nach Abfahrt unseres Spitalschiffs. Dank der Unterstützung unserer Spender und Partner kann Mercy Ships langfristig Leben verändern. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.